In der Map rumlaufen. Einfach chillen. Jetzt muss ich mich aber auch anstrengen, das wird nicht einfach. Am besten nicht Kasper töten. Ah fuck, hab ich schlecht gemacht. Ah fuck. Ah fuck. Ah okay. Da gehe ich direkt mit Kühlwart. Fick dich im Post, da wer es auch immer ist, du wirst niemanden. Oh scheiße, Kasper ist tot. Oh man. Also Leo ist safe. Warum ich safe? Wo ist Kasper gestorben? Ich habe mal oben, ich konnte den Button drücken, okay? Wo ist Kasper gestorben? Weiß doch keiner. Ja okay, stimmt. Ja, ich bin es nicht. Ich habe gerade den Button gedrückt. Ja. Leo ist safe, weil ich war die ganze Zeit bei Leo. Das Einzige, was ich noch weiß, Kasper. Roman, es ist Danny, es ist Danny. Nein. Weil als ich ihm gefolgt bin. Als ich ihm gefolgt bin. Leo, warte, warte. Leo, warte. Wo war die Leiche? Warte, er beschuldigt mich. Ich darf reden. Wo war die Leiche? Bitte nicht. Ich weiß das nicht. Das weiß ich so nicht. Warum fragst du mich das? Ach so, du hast den Knopf gedrückt? Ja, ja. Er wird die Button. Ja, siehst du? Ich sag's, es ist Danny. Nein, ich bin es nicht. Ich habe mich bei MadBare meine Vision gemacht. Und die Tasklight hat sich nicht aufgefüllt, weil ich habe bei MadBare diese Reagenzgläser gemacht und ich muss noch warten. Die 50 Sekunden muss ich jetzt noch warten. Ich weiß, die Tür ging einfach zu und dann auf einmal. Auf einmal war Kasper tot. Tod. Also die Türen fand ich, die waren nicht zu. Als ich rausgelaufen bin, waren die nicht zugegangen. Wir können auch skippen. Aber das ist bisschen riskanter. Also ich skippe. Also ich weiß nicht, so wie Leo wieder... Na okay, er hätte mich umbringen können. Ich war lang genug bei ihm und dann noch alleine. Ich gleich sehen, wo der Körper ist. Ja, ich skippe auch. Vielleicht sehen wir, wo der Körper ist. Nein, nein, der Körper ist weg. Er ist weg? Jede Runde verschwindet die Körper. Hab ich jetzt neue Task? Nee, das muss ich da immer nicht sagen. Okay, Clem, es ist keine Post. Ich sag Leo ist es. Ja, dann am besten töten wir, der nie damit so aussieht als... ...Wer ist Leo. Bei Clem ist es nicht weiß. Ähm... Dann geh ich jetzt bei Advents. WTF? WTF? Keiner hin, Alter! Meine Güte! Doch! Ich muss nicht mal abkicken. Ich muss immer wieder in der Excel Tabelle ein paar Sachen auffüllen. Roommate. Schon wieder. Oh ja. Nein... Ich glaube, das war Pohlen. Bis zum nächsten Mal. Ich rufe die Tür. Hier sind die Brücke. Ich rufe die Tür. Ich rufe die Tür. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020